Was? Gerüchten zufolge gibt es bei Schalke 04 Unruhe in der Mannschaft. Insbesondere die Führungsspieler sind unzufrieden mit der mangelnden Spielphilosophie des Trainers und wünschen sich Umstellung. Der Kapitän hat sich angeblich bereits als Vermittler zwischen den verhärteten Fronten angeboten, damit der Frust der Spieler angesprochen und die Moral verbessert wird. Sandro Lauper, so eine Snitch, ne? Und der Springer Verlag hat auch noch recht. Hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass im Klub aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie diese Situation verbessern wollen. Danke für die Mitteilung. Punkt.